Skaten, eine Kunstform, eine Lebenseinstellung und ein Sport. Damit hat es Tony Hawk, der wohl bekannteste Skater weltweit, gut auf den Punkt gebracht. Die verhältnismäßig junge Sportart wird immer beliebter und ist dabei erstmalig auch bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten gewesen. Was ist es aber, was das Skaten so besonders macht? Das Gefühl von Freiheit? Sich selbst zu verwirklichen? Oder doch die Menschen? Auf der Suche nach der Antwort sind wir Linus Tombring begegnet. Moin, mein Name ist Linus, ich bin 23 Jahre alt, fahre seit neun Jahren Skateboard. Am liebsten fahre ich Rampe, besonders gerne Berchvidel. So viel zu mir. Wie jeder Sport hat auch das Skaten seinen ganz persönlichen Charme. Der Reiz, damit anzufangen, ist dabei aber immer verschieden. Skateboarden, für mich besonders, macht es aus, dass man diesen Zusammenhalt in der Szene hat. Quasi, man geht zum Skatepark, hat einen scheiß Tag gehabt auf Arbeit in der Schule, trifft seine Freunde, besteht ein paar Tricks, unterhält sich mit denen, trinkt abends vielleicht ein Bierchen. Einfach dieser Zusammenhalt, diese Szene, die man später beim Feiern wieder trifft. Ich finde das stark, ich finde das toll. Auch in Münster gibt es für alle Skatenden, ob noch ganz am Anfang oder schon fortgeschritten, die Möglichkeit, sich die nötige Ausrüstung zu besorgen. Generell, Titus, wie in jeder Stadt, hat natürlich Skateboards, hat sowohl Komplettboards für Anfänger zum Ausprobieren, als auch Boards zum selber Zusammenstellen, quasi die Achsen allein einzeln, die Rollen einzeln, die Decks einzeln, die Schrauben einzeln. Ansonsten würde ich Skateate empfehlen, die haben einen kleinen Flohmarkt, hinten am Dahlweg ist eine Hilfsorganisation. Auch sehr empfehlenswert ist für mich der Black Heaven mit der Eigenmarke Koloss. Ist halt einfach so ein bisschen auf Fun gemacht, so ein bisschen auf geil Metal, Punk. Kommt halt auf den Stil drauf an, was dir gefällt. Die Komplettboards sind halt quasi mehr für Kinder, so ein Geschenk für Kinder bzw. für Neueinsteiger erstmal ausprobieren. Die sind deutlich günstiger, wie gesagt, zwischen 60 und 100 Euro kriegst du ein Vernünftiges. Wenn du später komplett im Game drin bist und richtig Bock darauf hast, lohnt sich ein Komplettboard nicht mehr. Da es in der Regel ein anderes Holz ist, also sprich Birke, nicht Ahorn. Du nur bis zu einer gewissen Größe meistens zusammenstellen kannst, wobei ich glaube, online gibt es mittlerweile auch fast alle Größen. und du einfach nicht so das Board für dich selber einstellen kannst. Leute, die anfangen wollen zu skaten, würde ich den Tipps geben, sich nicht sofort die teuerste Ausrüstung zu holen, das beste Material. Eventuell stellt man nach ein paar Monaten fest, oh, ist ja doch gar nichts für mich, ist vielleicht doch nicht so meine Welt. Vielleicht mit einem Komplettboard für 80 Euro anfangen, mal unter den Freunden rumhören, wer fährt ein Skateboard, wer hat ein Skateboard gefahren. Hätte nicht wieder Bock, mit mir skaten zu gehen, damit du darüber halt schon mal ein bisschen was lernst. Ansonsten ganz, ganz viel auf YouTube gucken, ob man irgendwie ein paar Tipps zu den Tricks kriegt. Oder halt einfach zu den Skatespots zu gehen, nett sein und die anderen fragen. An sich ist hier das Skatepark auch für Anfänger geeignet. Man muss sich halt nur die passenden Ecken aussuchen. Und dementsprechend habe ich da eigentlich nur so das Angebot. Schaut, wo es ein bisschen leerer ist und probiert euch selber aus. Zum Beispiel Post hinten am Hafen ist sehr empfehlenswert. Skaten ist und bleibt nicht nur ein Sport, sondern auch ein Lebensstil. Auch von Linus wollten wir wissen, wie es sich auf sein Leben ausgewirkt hat. Ich sage mal so, ich bin weg von diesen traditionellen Mannschaftssportarten hin zu einer Sportart, wo man sich selber der König ist und sagen kann, boah, heute habe ich Bock, heute mal nähe, ey, lass mal besser. Man hat viel mehr Freiheit, man hat keine festen Trainings mehr, kann Tropfen machen. Wenn du gerade Bock hast, irgendwie auf deinem Board zu sitzen, dir eine Mate zu trinken oder ein Bierchen, dann machst du das ganz entspannt. Ich würde sagen, man kann sich sportlich beteiligen, hat aber trotzdem sehr viele soziale Interaktionen und vor allen Dingen kann man sich selber komplett frei ausleben. Und das hat beim Skaten bei mir viel gebracht. Wie man sieht, kann Skaten das eigene Leben sehr verändern. Von den neuen Freundschaften bis hin zu der Chance, sein eigenes Ding durchzuziehen. In Münster gibt es genug Möglichkeiten anzufangen. Vom Skatepark Bergfidel bis hin zum Skaters Palace. Neue SkaterInnen sind immer willkommen und werden von Erfahrenen gern unterstützt. Probiert's aus! Und bei der